Sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, beginnen möchte ich, stellvertretend für die Freien Demokraten, mit einem Dank, liebe Frau Samia El-Samaduni, als Leiterin der Antidiskriminierungsstelle für ihren Bericht, ganz besonders natürlich auch an ihre MitarbeiterInnen für die in den Jahren 2017 und 2018 geleistete Arbeit. Aufrichtigen Dank dafür. Und auch wenn sie in Teilen schon erwähnt wurden, möchte ich trotzdem kurz einige Fälle anreißen. Wir haben zwei Männer afghanischer Herkunft, die gerne abends feiern gehen würden und abgewiesen werden, dass selbst ein ehemaliger US-Präsident, namentlich Barack Obama, hier nicht reinkommen würde. Wir haben eine Date Night auf dem Jahrmarkt, wo mehrere homosexuelle Pärchen nicht als Paare anerkannt werden und dementsprechend die angepriesenen Rabattierungen als Pärchen nicht erhalten. Wir haben ein Café, wo eine Gruppe von Menschen mit Behinderung gerne als Gast reingehen würde und abgewiesen wurde mit den Worten, ich entscheide selbst, wen ich hier in meinem Café bediene. Eine Frau wird wegen ihres Assistenzhundes nicht beim Fleischer reingelassen, obwohl selbst das Veterinäramt erklärt, dass ein Assistenzhund von einer Fleischtheke aus hygienischen Gesichtspunkten kein Problem sei. Ein Kunde mit nicht geläufigen Nachnamen ruft bei einer Investmentfirma an und wird dort begrüßt mit HH1 Neger. Da kommt ja noch direkt die Frage auf, wo leben wir hier eigentlich und vor allem wann. Nicht nur in Teilen der Aktuellen Stunde heute Morgen fühle ich mich hier manchmal 100 Jahre zurückversetzt hier in Schleswig-Holstein und in Deutschland. Das ist mehr als beschämt, was selbst heute noch in Teilen in der Gesellschaft in Schleswig-Holstein im Jahr 2017, 2018 und vermutlich auch im Jahr 2020 noch möglich ist. Die Gleichbehandlung eines jeden Menschen in unserem Staat ist ein grundgesetzlich verankertes Prinzip. Durch das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz wird es im Alltag und am Arbeitsplatz mit Leben gefüllt. Jeder Mensch, gleich welcher Herkunft, gleich welcher Region, gleich welcher äußeren Erscheinungsmerkmale, hat das Recht, vorurteilsfrei hier behandelt zu werden. Und das ist der liberale Grundsatz der freiheitlichen Grundordnung, den es zu verteidigen gilt, den es immer und überall zu verteidigen gilt. Und 341 Eingaben wurden bei der Antidiskriminierungsstelle im Prüfungszeitraum aufgenommen. Hinzugekommen an all die Fälle, die ungenannt bleiben. Fälle, in denen die Betroffenen nicht den Mut oder die Energie hatten, sich an die Antidiskriminierungsstelle zum Beispiel zu wenden. Dabei hält uns dieser Bericht auch ein Spiegel vor, wo wir nachbessern können und auch müssen. Der Zuwachs der Anfragen vom vergangenen Berichtsjahr zu diesem lässt sich zum einen durch die wachsende Bekanntheit des AGG und der Antidiskriminierungsstelle erklären, aber auch damit, dass die Sensibilisierung in der Gesellschaft für das Vorhandensein von Diskriminierung wächst und nicht alles mit einem Hab dich nicht so runtergeschluckt wird. Eines der größten Probleme ihrer Arbeit ist nicht, Diskriminierung zu erkennen, sondern die Betroffenen auch zu ihrem Recht zu verhelfen. Die Betroffenen sind im Falle eines Rechtsstreits häufig auf sich alleine gestellt, die Hürden sind hoch oder man scheut sich auch, einen Gerichtsprozess zu starten und diesen auch bis zum Ende durchzustehen. Und die Antidiskriminierungsstelle des Bundes wiederum hat bereits 2016 einige konkrete Vorschläge gemacht, wie sie den Diskriminierungsschutz erhöhen kann. Beispielsweise durch längere Fristen zur Geltung machen von Ansprüchen, dass man beispielsweise auch mit einem gewissen Abstand erst dazu kommt, zu sagen, das ist wirklich verletzend, was hier passiert ist und ich möchte, dass das beendet wird. Die Vorschläge des Europarates als auch der Europäischen Kommission gehen in dieselbe Richtung und die Bundesregierung hat 2019 zugesagt, dass sie diese Vorschläge prüfen wird. Wir werden das aufmerksam in Schleswig-Holstein verfolgen. Und den Dank, den ich zu Beginn geäußert habe, den möchte ich gerne erweitern. Denn nicht zu vergessen sind hier auch zahlreiche Kooperationspartner, die es gibt, die sich gegen Diskriminierung in Schleswig-Holstein wenden. Unter anderem auch beispielhaft die Beratungsstellen der LGBTIQ-Community möchte ich hier besonders erwähnen und das Dank aussprechen. Denn insbesondere Transpersonen werden weiterhin in vielen, eigentlich in allen Lebensbereichen, auch in Schleswig-Holstein diskriminiert. Wir haben es gehört, selbst im Fitnessstudio werden sie gegängelt, wie wir in mehreren Fällen in Berichten aufgezeigt bekommen haben. Diskriminierung entschlossen entgegenzutreten, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Schließlich gibt es Diskriminierung nicht nur im Arbeitsplatz oder bei der Wohnungssuche. Auch im restlichen Alltag sind Ressentiments leider weiterhin sprichwörtlich Alltag. Und lassen Sie uns den vorliegenden Bericht als Kompass nehmen und unsere Anstrengungen in den aufgezeigten Bereichen weiter verstärken. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und die Antragnahme. Vielen Dank.